Hier ist er im Kopfball-Duell gewesen. Das ist Paul Wanner mit dem Pass zurück. Aber da können sie erst mal souverän klären. Paul Wanner in Stürmerposition da vorne. Kann sich auf der linken Seite behaupten. Hat den Ball da eng am Fuß. Paul Wanner, wie sieht die Reaktion der Bayern aus? Der FC Bayern-Amateure unterwegs gewesen. Ausgleich schossen, sogar fast noch das 3-2-Siegtor. Am Ende dann nur ein Punkt ins Mittelfeld. Schöner Chipball jetzt hier in die Spitze. Und da kommt Keeper. Und somit jetzt den zweiten Eck. Und Wanner. Und jetzt wollen die Bayern. Das ist wieder Schmelzen. Und hoffentlich auch in der Bundesliga Süd. Südwesters ist klasse gespielt. Eins, zwei, drei Berührungen. Super weitergeleitet von Paul Wanner und Ranus. Paul Wanner, gute Technik. Der passt allerdings zu ungenau. Paul Wanner mit einem Weltklasse-Ball. Er hat sich in diesen Ball hineingeworfen. Aber schauen wir erst noch mal auf die Ausgangssituation. Das ist Paul Wanner. Das ist natürlich ein Steckpass, wie du ihn nicht besser spielen kannst. Laya Morrison. Guter Pass ins zentrale Mittelfeld. Das sind die Wanner-Bälle, die wir sehen möchten. Der Abschluss. Wenn du ihn auf den... Wenn du ihn auf den... Und Paul Wanner. Klasse Ballkontrolle. Wanner setzt noch mal nach. Führt den Ball ganz enger. Paul Wanner. Natürlich gehst du da mit deinem Körper vielleicht mutig, zielstrebig. Und immer für Tore gut. Paul Wanner. Und dann das Kopfball-Duell gegen... Es geht weiter mit Paul Wanner. Eins gegen eins. Auf eine Szene zurückschauen von Paul Wanner gerade eben. Wo man wirklich seine technische Versiertheit sieht. Hier mit links hineingezogen. Stark durchgesetzt. Aber zurückgelegt. Und den macht er nicht. Die Aktion. Aber was Paul Wanner da natürlich noch mal zaubert. Wie er da noch mal Beschleunigung aufnimmt. Dann die Übersicht behält. Bei den Münchnern. Der bereit steht. Die gegen Slowenien. Beides Nullnummern. Kurioserweise. Große Torgelegenheit. Die bleibt bisher in Durchgang Nr. 2 hier bei der U19. Auf die linke Seite. Wanner. Wanner. Rein in den 16-Meter-Raum. Sein Blick natürlich. Auf die linke Seite. Wanner. 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 Fuss. Das ist jetzt mal gut gespielt. Wanner. Wanner. Fein auf Yildiz. Wanner. Fein auf Yildiz. Yildiz und. Aber keine großen Fehler geleistet. Tor wieder vor einem ist. Paul Wanner. Der bullige Stürmer. Und so rollt noch mal ein Bayern-Konter. Über Paul Wanner. Vielleicht die letzte Situation des Spiels. Der Ball geht ins Leere. Auf die linke Seite.